Hallo, wir sind die Firma GFU Maschinenbau GmbH und suchen Sie als After-Sales-Servicetechniker im Bitburg. Hier am Standort Bitburg beschäftigen wir etwa 60 Mitarbeiter im Bereich der Entwicklung und Fertigung von sparnlosen Umformmaschinen. Von Stoßdämpfern, Stabilisatoren, Airbag-Patronen und neue Technologie sind Rotorwellen für Elektroantriebe. Wenn Sie eine abgeschlossene Berufsausbildung als Industriemechaniker, Betriebsschlosser oder Maschinenbautechniker besitzen, kommunikativ sind und gerne an einem modernen digitalen Arbeitsplatz arbeiten, sind Sie genau richtig bei uns. Da unsere Kunden weltweit verteilt sind, kommuniziert unsere Serviceabteilung nahezu täglich in Deutsch und englischer Sprache mit den Kunden. Hier wäre es von Vorteil, wenn Ihre Englischkenntnisse gut wären. Ich bin Robert Kaut, seit zwölf Jahren bei GFU und leite den Vertrieb in unserem Unternehmen. Hierzu gehört neben dem Verkauf von Maschinen auch unsere Serviceabteilung für alle After-Sales-Belange unserer Kunden. Wir sind ein schlagkräftiges Team, in dem sich jeder auf den anderen verlassen kann. Dabei sind modern ausgestattete Arbeitsplätze selbstverständlich und neben den einschlägig bekannten Kommunikationsmitteln nutzen wir auch Augmented Reality-Technologie, um unsere Kunden bestmöglich zu bedienen. Hallo, ich bin Sebastian Schmidt, ich bin Maschinenbautechniker und seit 2015 bei der GFU. Bei uns im After-Sales hast du viele verschiedene Aufgaben. Eine deiner Aufgaben ist die Unterstützung und Hilfestellung unserer Kunden per E-Mail oder Telefon. Hallo, ich bin Tina Schilz, seit fünf Jahren bei der GFU und deine zukünftige Kollegin im After-Sales. Eine weitere Aufgabe von dir ist die eigenverantwortliche Auftragsabwicklung von der Kundenanfrage bis zum Versand. Hallo, mein Name ist Carsten Konrad. Eine deiner Aufgaben beim GFU-Service wird es sein, zum Beispiel Serviceeinsätze beim Kunden im In- und Ausland zu planen und zu organisieren. Das Arbeiten hier kann man nicht beschreiben, das muss man erleben. Wie gesagt, wir sind füreinander da. Wenn dir unser Video gefallen hat, klicke auf den Link, beantworte kurz ein paar Fragen und ich melde mich bei dir. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.